Strache, 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 dein Programm ist eine feine Sache. Wir sperren in Österreich einfach zu und lachen alle so wie du. Die Politiker in Brüssel, die sind alle wahnsinnig saublöd. Außerdem sprechen die nur Englisch und das verstehen wir nicht. Ich hetze nicht und die muslimische Invasion, die bringt uns noch ins Grab. Drum schießt die stärische FPÖ Minarette ab. Jawohl! Strache, 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 dein Programm ist eine feine Sache. Wir sperren in Österreich einfach zu und lachen alle so wie du. Wuhu! 90% der Nutten sind Migrantinnen. Die nehmen unseren Frauen die Arbeitsplätze weg. Die serbischen Putzfrauen sollen sich über die Häuser hauen. Und ich geh mit meinen serbischen ultranationalen Habern ins Beisel am Eck. Und wenn ich an die Aregona denk, krieg ich noch immer eine Wut. Jetzt ist sie endlich dort, wo sie hingehört. Nur Wiener Blut ist gut. Ja, Strache, 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 dein Programm ist eine feine Sache. Wir sperren in Österreich einfach zu und lachen alle so wie du. Wuhu! Unseren jungen, feschen Männern von der FPÖ, denen könnt es niemals passieren, im Bundesland Bankrot zu banken und uns im Ausland zu blamieren. Und unsere blonden Frauen stehen frei hinter ihrem Herd. Die fromme Kinderschar bietet stramm den Rosenkranz, weil es sich da so gehört. Strache, 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 dein Programm ist eine feine Sache. Wir sperren in Österreich einfach zu und lachen alle so wie du. Wo-wo-wo-wo-wo-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Bis zum nächsten Mal.